Das kann ich hier noch schnell für 10 sammeln. Selected Structures, Resources, Output is temporary, raised to 300%. Äh, uncool bei sowas hier. Ich will eher das hier. Also da ist jetzt so ein Ziel einfach. Das zieht alle mal schnell nach oben. Und diese neuen Orkhorn riechen noch schlimmer als die Alpwasser. Sieht da nicht irgendwie das mit S irgendein Button hat das Buch? Macht keine Gefangenen! Macht euch bereit! Weiter, weiter! Hierher! So, die kommen von der Seite raus. Orks! Kommt schon! Alter, hier sind so viele Einheiten. Help! Too many soldiers on the field! Aha, jetzt haben sie da wieder anzubauen. Seid ihr bereit? Wir werden hier nicht rassen. Sie greifen uns an! Schauen wir mal, wie schnell wir jetzt hochkommen mit dem Level, weil jetzt sind jetzt so viele Einheiten hier. Und sie kriegen jetzt alle, wie viel auf aggressiv zu sein. Sie ziehen sich da echt wieder ein Ding hoch. Ich glaube, sie kommen. Die kriegt jetzt den Auftrag. Bewegt euch hier aus dem Raum. Genauso wie ihr den einen Auftrag gekennet, schon nach vorne. Auf die Katapult. Wie viel Katapult hat er in der Schwerbung? Macht euch bereit! Warte mal, was hat das? Ah, ja, nach vorne. Dann einfach hier den Angriff starten und dann hier sagen. Alter, das leckt so brutal. Das kann man sich kaum vorstellen, dass so ein Spiel offiziell eigentlich ist, ne? Also... Hä? Warum zur Hölle geht ihr nicht danach da drüben? Ich habe euch ein Befehl gegeben. Vor Ewigkeiten sagt er... Der hieß ganz simpel, rennt nach da drüben. Warum passiert da nix? Ja, sie beschießen sich sehr, auch geil. Natürlich auch geil. Jetzt kommt hier noch ein bisschen hin. Alter, es legt so was von... Zerstört es! Verlichtet einfach Gebäude für Gebäude langsam. Das ist das Ziel. Hey, wo wollt ihr hin? Bleib Wasser! Erledigt sie! Nö! Hoch mit euch, ihr Magen! So, schon 15. Und jetzt können wir einfach langsam wieder die nächste Welle wachsen lassen. Ich habe langsam die Vermutung, da brauchen wir noch eine Folge für. Geil, ihr konntet hier noch was spazieren. Wir können hier noch ein bisschen expandieren, auch vom Geldpunkt her. Natürlich ist das jetzt für ihn nicht so schmackhaft. Wenn ich hier anfange, zu vernichten. Ja, zwar mit billigen Einheiten und macht's, aber es sind halt nur Einheiten, das wir machen. Und jede kaputte Einheit ist Geld. Klar, bei ihm wird es wahrscheinlich genauso wie bei mir ein bisschen billiger auch teilweise sein. Aber es ist halt trotzdem Geld, das fließt. Und ich habe mich jetzt da drauf spezialisiert, ihn sozusagen die ganze Zeit hartnäckig zu killen. Beziehungsweise einfach zu ärgern. Nachdem ich den falschen Move am Anfang, finde ich, gemacht hab. Und das ist es halt. Ne, warte mal, hier. So. Aufpassen, legt es in Schutt und Asche. Zuhören, abgegriffen. Macht keine Gefangenen. Darf sie nieder. Weg mit dem Gebäude. Hoch mit euch, ihr Magen. Noch ein Gebäude fertig gestrichelt. Eure Stellung, ihr Magen. Perfekt. Macht euch bereit. Da sieht man jetzt, wie viel Damage mehr ich kriege davon. Das ist ja ordentlich eigentlich sogar. Also ich komme halt damit überhaupt nicht klar, weil einfach immer diese Massen da sind. Hallo. Auf voll Angriff. Los geht's. Jetzt los mit denen. Hauen sie einfach ab. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Mach dich nützlich. Dadurch, dass wir sie unten aufhalten können wir in Ruhe eigentlich oben angreifen. Seid ihr bereit? Verschmettert sie. Wir kennen keine Gnade. Ne, wir kennen auch keine Gnade. Wir sind ganz, ganz simpel. Einfach durch. Jetzt geht's nach da drüben. Wie gesagt, das Ziel ist jetzt einfach ordentlich reinzuhämmern. Wir sind jetzt schon bei fast 20. Und ich glaube, das werde ich eh schon wieder teilen. Also es wird mit zwei Teile gefolgt jetzt wieder. Weil wir sind jetzt schon wieder so hoch mit dem Level. Hoch mit euch, ihr Magen. Erwählt euch. Das ist jetzt wieder die nächste. Wir werden hier nicht rasten. Pro Angriff. Wie gesagt, das ist jetzt schon wieder. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Welt. Und wieder nach vorne. Weil das sind irgendwie schon der Feind. Wie sonst auch immer. Kommt der Feind aus dem Hinterhalt. Ich habe aber nicht wenig Einheiten. Das muss man ihm auch lassen. Also sie halten sich echt gut und echt böse auch. Also sobald ich die in die Struktur eigentlich nehmen würde, sollte viel Schief laufen, offensichtlich. Seid ihr bereit? Bewegt euch! Kommt schon! Aufpassen! Hierher! Wir werden hier nicht rasten! Diese neuen Pfeil ist das Gebäude ein! Danke. Kommt schon! Einfach alle auf aggressiv wie immer und einfach rein da. Dann kriegen die auch immer schön einen Bonus, dass halt Massen sind. Weil die kriegen ja, soweit ich das jetzt verstehe, einen Massenbonus. Was natürlich ein Vorteil ist, wenn du solche Massen hast. Ja, nein! Und jetzt zwei Ballern, seit Vögel, und so kann ich mich nicht interessieren. So, wo es mir um den Baumeister baut, der noch oder ist das schon fertig? Ach, was ein Befolger! Ja, das schickt uns, ihr wisst, was zu tun ist! Und jetzt können wir ihm auch sagen, okay, was, was du spielst, als nächstes. Nur Speer aus. Da darf Bogenschützen machen dann. Speer. Und die Abteilung wird ihm richtig wehtun, also so richtig, weil einfach die Speerkämpfung einigermaßen stecken. Hoch mit euch, ihr Magen! Herr schont keinen von Ihnen! Und wenn man dann hier das bombardieren, oder hier halt, wird es wehtun für ihn. Und dann sind wir mit dem Punkt, der Punkt mehr dran. Ja, feierfrei! Teil dich, das Lager! Seht nur, wie die Orgs aus der Grube strömt. Kommt schon, Jungs, kommt schon! Das ist das Lager des Feindes! Wir legen alles in Schau und Asse! Ich hab halt die größere Einheitenproduktion. Da hilft dann schon eine große Produktion, vor allem wenn du Zweifel hast, die du kennst. Jetzt überrollen sie mich natürlich. Äh, äh, ist hier mal. Das können wir unter Kontrollekrise. Der Feind ist in unserem Lager. Ihr habt ihr das gesehen? Es bleibt die nächste Runde. Wir können das Katapult benutzen! Er will uns holen! Es tut ihm halt auch weh. Also das ist jetzt echt ein Aushalte-Battle mehr. Hoch mit euch, ihr Maden! Aufpassen! Die Aushalten sind doch meine Einheiten noch ein bisschen besser, weil es gibt ohne Aushalten. Sind wir hier einfach ein bisschen maxed out dran. So wird kommen. Yes, nice. Wir bereitet Reichweite ist next. Jetzt gehen wir von direkt mit dem Katapult. Das war der erste Katapult. Jetzt schicken wir auf den... ...Huch mit euch hier... ...Huch mit euch hier... ...und wir schützen. Was sagt ihr dazu? Das lager wird angehalten. Weißen wir es Ihnen! Hehehehe! Sie gehen auch zum Glück nicht so schnell mit Bogen schützen los! Macht euch bereit! Hahaha! Wir legen alle... ...Wir 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 legen alle... ...und wir sind schon in der neuen Zeit, also angekommen konnte sein. So und jetzt ist der Zeitpunkt, auf den wir alle gewartet haben. Auswählen! Eigentlich sollte das schon schön, richtig schön viel damage machen. Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Los! Schiebt ihr überhaupt euch bereit! Und sowas tut dann halt schon weh. Schicken wir vielleicht den ersten hier drauf. Oh! Ich hab da grad'n... ...was Uncooles gesehen. Oh! ...und wir erholtet euch vom Feuer färbt! Uuuuuh! Katapultladen! Macht sie fertig! Ihr Feind! Oh! Zeigt ihnen eure Klingen! jetzt geht es direkt aus hoffgebäude jetzt heißt es der mensch für der mensch und diesmal gibt es die poppe wurde volle wäsche einfach das ist mir zu wurscht die komplette produktion aus dem weg das musste auch erst mal hinkriegen dass du volle produktion voll ausmächst bei so ne masse und